Noch vier Tage, dann kommt das Christkind. Heute ist der 20. Dezember und wisst ihr, was da drinnen ist? Oh, ich habe richtig, richtig schöne Ohrringe für euch. Ich liebe Ohrringe und jetzt gibt es die in Form von Christbäumen. Das Ganze als Clips sage ich gleich mal dazu. Und schaut mal bitte, wie cool sieht das einfach aus. Wer die haben möchte, ab in die Kommentare, und dann schenke ich sie euch und wir sind in ein paar Tagen bei euch zu Hause.